Ihr habt das ja gestern alle verfolgt und ich muss sagen, ich habe so viel Solidaritätsbekundung danach bekommen, hier vom Pult, per Sims, auch ganz persönlich und ich wollte einfach nur Danke sagen, das hat unglaublich gut getan. Vielen herzlichen Dank. Zu der Aktion, ich glaube zu der Aktion ist alles gesagt, da muss ich auch nichts sagen. Also wer allen Ernstes, ausgerechnet bei der Linken, die als einzige Partei nichts daran teilgenommen hat und nichts dazu beigetragen hat, dass das Asylrecht inzwischen in Europa und in Deutschland mehr oder weniger abgeschafft wurde, sondern die konsequent dagegen gekämpft hat. Also wer ausgerechnet diese Partei verdächtigt oder einzelne Personen, ein Hort des Rassismus zu sein, ich finde, der stellt sich wirklich ein politisches Armutszeugnis aus. Ich finde das ungeheuerlich und das ist eigentlich viel, viel schlimmer als jede Torte und jedes Verwürfnis. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist ja jetzt genau wie heute Morgen bei Dietmar Bartsch, meine erste Rede hier als Fraktionsvorsitzende. Wir beide haben im Herbst letzten Jahres den Fraktionsvorsitz übernommen. Dietmar hat sehr viel schon zu der inhaltlichen Arbeit der Fraktion gesagt, das will ich nicht wiederholen. Ich möchte nur eins noch sagen. Wir sind ja damals, als wir in diese Funktion gewählt wurden, wirklich mit sehr, sehr vielen Unkenrufen begleitet worden. Da wurde der ganz große Wagenknatsch erwartet. Da wurde spekuliert, wann das denn alles gar nicht mehr gut geht. Und ich muss sagen, ich bin richtig froh und es macht richtig Spaß, mit Dietmar Bartsch gemeinsam diese Fraktion zu führen. Und auch mit unseren Stellvertretern Jan Korte und Heike Hänsel, weil es ist nämlich eine tolle Zusammenarbeit, weil es menschlich und politisch funktioniert. Und das gilt auch für die gesamte Fraktion. Und da bin ich unglaublich froh und wir werden das auch weiter so machen. Und es ist ja unheimlich wichtig, dass es eine klare Oppositionspolitik im Bundestag gibt und natürlich auch in dieser Gesellschaft. Wir leben doch in einer Zeit, in der wir mit Erschrecken die Geister einer dunklen Vergangenheit wieder auferstehen sehen. Parteien, die nationalistische Ressentiments schüren, die teilweise offen, üblen Rassismus bedienen, haben europaweit Vorlauf. In Österreich erleben wir, wie man mit so einem Programm fast 50 Prozent bei der Präsidentenwahl bekommen kann. Und auch in anderen europäischen Ländern, ob das Front National ist, ob das anderes ist, es geht nach rechts und es geht in gefährlicher Weise nach rechts. Natürlich haben wir immer gewusst, dass dieser Schoß, aus dem das mal gekrochen ist, immer noch fruchtbar ist. Aber ich muss sagen, dieser offene Hass und die Menschenverachtung, die man vielfach erleben kann, wie sie sich inzwischen ganz offen und ungeniert in den sozialen Netzwerken austobt. Wenn inzwischen irgendwelche durchgeknallten Pigisten ernsthaft darüber diskutieren, ob Kindergesichter, die farbig sind, doch auf deutsche Schokoladenpackungen gehören. Oder wenn ich höre, dass ein Herr Gauland allen Ernstes darüber redet, ob jemand wie Boateng, ob das denn ein guter Nachbar in Deutschland wäre. Also, ich muss sagen, da ist mir wirklich zum Kotzen. Und ich bin aber auch sicher, aber natürlich stehen die Gaulands nicht für die Mehrheit der Menschen in diesem Land. Und ich bin mir ganz sicher, die übergroße Mehrheit würde tausendmal lieber ein Boateng als Nachbarn haben, als einen Hassprediger wie Björn Höcke. Und das ist gut so. Und das ist ermutigend. Und dafür stehen wir eben auch. Aber gerade da sich das wieder in dieser Weise artikuliert, ist natürlich der Kampf gegen rechten Ungeist und gegen das Erstarken seiner Protagonisten vielleicht die wichtigste Aufgabe, die wir als Linke aktuell haben. Denn das ist wirklich gefährlich. Und das müssen wir stoppen als Teil einer breiten Bewegung, die es auch außerhalb der Parlamente ja gibt. Aber die Linke ist ein wichtiger Teil davon. Und damit wir das stoppen können, und damit wir dem etwas entgegensetzen, ist es natürlich so wichtig, über die Ursachen zu reden. Und da ist natürlich auch klar, die Ursache der Rechtsentwicklung, das sind nicht die rechten Parteien. Das ist nicht die AfD. Das ist nicht der Front National. Das sind nicht die Halbnazis, die dort Stimmung machen. Das sind Produkte der Rechtsentwicklung. Die Ursache dafür, dass es überhaupt ein gesellschaftliches Klima geben konnte, der solchen Typen wieder zuhört, die Ursache dafür ist doch, dass wir seit Jahrzehnten, und das gilt für Deutschland genauso wie für andere europäische Länder, und es gilt für die USA mit ihrem Donald Trump, die haben ja den gleichen Typen dort, die Ursache dafür ist, dass wir seit Jahrzehnten eine neoliberale Politik haben, die alles dafür tut, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu zerstören, die den Sozialstaat aufmacht und auch kaputt macht. Und das ist doch der Kern. Das ist doch der Kern. Eine Politik, die dem Raubtierkapitalismus freie Bahn geschaffen hat, die den Sozialstaat zerstört hat, die die gesellschaftliche Ungleichheit vergrößert und immer weiter vergrößert. Ich meine, man muss sich das mal vergegenwärtigen. In Deutschland sind die letzten 20 Jahre Wirtschaftswachstum, und da wurde ja teilweise sogar von einem Wirtschaftsboom geredet, diese letzten 20 Jahre Wirtschaftswachstum sind an der Mehrheit der Bevölkerung komplett vorbeigegangen. Sondern es ist sogar noch schlimmer, der Durchschnittslohn ist heute auf dem Niveau der Jahrtausendwende. Im Niedriglohnsektor werden Hungerlöhne bezahlt. Hartz IV ist ein einziges Elend. Die Rentnerinnen und Rentner haben insgesamt 10 Prozent ihrer einstigen Kaufkraft verloren. Und natürlich haben die Menschen erlebt, wie immer wieder in wechselnden Koalitionen gegen ihre Interessen Politik gemacht wurde. Und das ist natürlich auch das Schlimme, dass sie genau das sehen und natürlich auch wissen, es waren ja eben nicht nur CDU und FDP. Es waren eben genauso auch SPD und Grüne. Wir hatten immerhin erst eine rot-grüne Koalition, dann eine große, dann schwarz-gelb, dann wieder große Koalition. Und das ist doch, ich meine, da muss man sich doch nicht wundern, dass da ein unglaubliches Potenzial an Frust, an Wut, an Enttäuschung, aber auch an Ohnmachtsgefühlen da ist, wenn die Menschen immer wieder erleben, sie können wählen, wen sie wollen. Es werden Regierungen gebildet, die die Renten kürzen, die die Löhne verschlechtern, die Vermögenssteuern ablehnen, die TTIP und CETA weiterbringen. Und dieses Frustpotenzial und das Mantra der Alternativlosigkeit, das Gabriel genauso predigt wie Merkel, das ist doch der Boden, auf dem dann die AfD als Scheinalternative mit ihren nationalistischen Ressentiments nur noch ernten konnte. Das heißt, die Neoliberalen haben da gesät, wo die Rechten ernten. Das ist doch der Zusammenhang. Und ich finde, den muss man immer wieder betonen, weil man beides bekämpfen muss, wenn man die Rechtsentwicklung stoppen will. Ich meine, früher gab es mal eine Situation, da sind die Menschen davon ausgegangen, dass es ihren Kindern einmal besser geht, als es den älteren Generationen gegangen ist. Das ist lange vorbei. Heute hat sich das genau umgekehrt. Und natürlich ist es nicht nur die große soziale Verspaltung, die die Rechten befördert, sondern es ist natürlich auch das gesellschaftliche Klima bis hin zur gesellschaftlich herrschenden Ideologie, die ihnen den Boden bereitet hat. Zum Beispiel der Sozialdarwinismus, die Verachtung für die Schwächeren, die Verachtung für Arbeitslose, für Menschen, die Hartz IV beziehen. Das ist ja nicht nur rechte Ideologie, das ist neoliberale Ideologie. Ich glaube, die meisten von uns erinnern sich noch an die verächtlichen Sprüche, die bei der FDP mal Mode waren, wenn man über Hartz IV beziehende geredet hat. Und das ist ja nicht nur ein Spezifikum der FDP gewesen. Gucken wir uns die Politik jetzt auch der großen Koalition an. Meine aktuelle, es ist auf diesem Parteitag schon angesprochen worden, unter der Federführung von Frau Nahles wird ein Gesetz gemacht, das wiederum die Allerschwächsten trifft und ihre Situation weiter verschlechtert. Und damit meine ich das Hartz IV-Gesetz, wo im Grunde gerade alleinerziehende Frauen jetzt noch mal doppelt getroffen werden, weil man in Zukunft berechnen möchte, wenn die Kinder bei ihrem Vater sind und dann kriegen sie Abzüge. Und da muss ich wirklich auch sagen, also der eigentliche Skandal ist ja, dass 40 Prozent aller Alleinerziehenden Hartz IV-Bezieher sind. Aber wenn ich schon von dieser Regierung ja nicht erwarte, wenn ich von dieser Regierung ja schon nicht erwarte, dass sie endlich etwas dagegen tun, dass es diesen Skandal gibt. Aber wenn ich dann sehe, dass ausgerechnet diese Frauen, die wirklich, denen es mit am schlechtesten geht, die jeden Monat kämpfen müssen, wie sie mit dem bisschen Geld zurechtkommen und ihren Kindern irgendwie eine schöne Kindheit trotzdem ermöglichen. Und dann geht diese Regierung hin. Und das ist schon nicht mal mehr Neoliberalismus. Das ist nicht einfach nur Neoliberal. Das ist roh und das ist kalt. Da geht diese Regierung hin und kürzt ausgerechnet bei denen noch. Und der Aufschrei bleibt weitgehend aus, wenn wir ihn nicht formulieren und einige andere Initiativen. Und da muss ich sagen, ja, das ist die Verrohung, die diese Gesellschaft nach rechts führt. Weil das ist unglaublich menschenverachtend, dass so eine Politik überhaupt möglich ist. Und natürlich wird so ein Klima geschaffen, wo es Rechten dann wiederum leicht fällt. Die Wut, den Frust, alles das, was da an Schlimmen und auch an Empögen sich aufgestaut hat, statt auf die wirklich Verantwortlichen, auf die noch Schwächeren abzulenken. Natürlich wird dieses Klima damit geschaffen. Oder nehmen wir einen anderen Bereich. Unsicherheit. Der Kern, das Kernergebnis neoliberaler Politik ist, Menschen in unsichere Lebensverhältnisse zu bringen. Das ist zum Beispiel die ganzen prekären Jobs. Die sind ja nicht nur sozial ein Problem, weil man bei Dauerbefristungen, Minijobs, Leiharbeit, Werkverträgen, weil man von den Löhnen nicht mehr leben kann. Das ist ein Teil. Aber der andere Teil ist ja, dass man in eine völlige Lebensunsicherheit gebracht wird. Man weiß nie, ob man den Job in zwei oder drei Jahren noch hat. Man kann nichts planen. Man weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Und genauso natürlich, wenn soziale Sicherung zerstört wird. Die Rente, die war mal dazu da, den Lebensstandard im Alter zu sichern. Heute sichert sie noch nicht mal ein Armutsniveau, sondern sie sichert eigentlich gar nichts mehr. Man fällt wirklich in Armut, wenn man sich auf die gesetzliche Rente verlässt. Das ist doch Angst, wenn man das vor Augen hat. Und genauso wurde ja auch die Arbeitslosenversicherung zerstört. Das wird viel weniger debattiert, aber das ist doch auch der Fall. Die Arbeitslosenversicherung war mal dazu da, dass jemand, der arbeitslos wird, von dieser Versicherung aufgefangen wird. Heute sind noch nicht mal mehr ein Drittel der Arbeitslosen, die Gelder aus der Arbeitslosenversicherung bekommen. Die meisten fallen direkt in Hartz IV. Das heißt, auch die wurde komplett zerstört. Und diese Zerstörung sozialer Sicherungen, natürlich auch bei der Krankheit. Krankheit ist immer schlimm. Aber früher war es zumindest nicht ganz so, dass man damit völlig aus der Bahn gerissen wurde. Diese ständige Lebensunsicherheit, in die Menschen gebracht werden durch diese neoliberalen Veränderungen, natürlich schafft sie auch ein Potenzial, wo dann Menschen bereit sind, autoritäre Staatsstrukturen, Rechtes, Law & Order als Alternative zu akzeptieren, weil sie aus dieser Unsicherheit raus wollen. So wird Potenzial für Rechts geschaffen, auch auf diesem Feld der Arbeitsmarktreformen und der Zerstörung sozialer Sicherheiten. Oder nehmen wir einen dritten Bereich. Jeder weiß, Rechte sind Demokratieverächter. Das ist nichts Neues. Aber dass die Menschen mit der Demokratie nicht mehr viel anfangen können, dass sie enttäuscht sind, dass sie nicht das Gefühl haben, in einer Demokratie zu leben, wenn ständig gegen die Mehrheit der Bevölkerung Politik gemacht wird. Das ist nicht das Produkt der Rechten, das ist das Produkt der Politik, die wir erlebt haben. Dass gelogen wird, vor den Wahlen regelmäßig das Gegenteil von dem erzählt wird, was man nach den Wahlen macht. Dass getäuscht wird. Das ist ja alles etwas, was natürlich dazu beiträgt, dass Menschen nicht mehr das Gefühl haben, Demokratie ist etwas Verteidigungswertes, weil sie gar nicht den Eindruck haben, dass es ihnen etwas bringt. Und natürlich kommt dazu, wenn dann von den Neoliberalen auch noch ganz forciert Abkommen vorangetrieben werden, die das erklärte Ziel haben, Demokratie zu zerstören. Nämlich die Politik unabhängig zu machen davon, welche Regierung eine Bevölkerung wählt. Das sind europäische Verträge teilweise. Da hat man es ja geschafft, dass eine Regierung wie in Griechenland, obwohl es eine ganz, ganz klare Aussage der Bevölkerung gab, wir wollen keine Sparpolitik mehr. Dass sie in ein Korsett gebracht wurde, wo sie am Ende das Gegenteil dessen machen muss, was sie versprochen hat. Das Gleiche wiederholt sich jetzt in Portugal. Und es sind nicht nur diese europäischen Institutionen und Verträge, die man in diese Richtung geschaffen hat, sondern es sind natürlich noch schlimmer die Verträge, an denen jetzt gearbeitet wird, TTIP und CETA. Auch das ist richtige Demokratiezerstörung, weil sie natürlich eine Situation manifestiert, wo die Menschen im Grunde, wenn diese Verträge durchkommen, ja wählen können, wen sie wollen. Weil keine Regierung sich überhaupt mehr leisten kann, eine Politik gegen die Kapitalmächtigen und die Profitinteressen zu machen, weil sie das überhaupt nicht bezahlen kann, die ganzen Prozesse, die dann kommen. Und natürlich wird so eine Stimmung aufgebaut, Demokratie taugt nichts. Und genau in diese Stimmung rein kommen dann die Rechten mit ihren Vorschlägen. Also da ist ein unmittelbarer Zusammenhang. Und deswegen glaube ich, ist es einfach pervers, wenn die AfD sich mit ihren Positionen als eine Partei inszeniert, die gegen die anderen Parteien stehen würde, die gegen die neoliberalen Parteien stehen würde. Sie ist Teil dieses neoliberalen Parteienkartells und sie lebt davon, dass wir jahrelang diese neoliberale Politik haben. Und deswegen müssen wir sie als solche attackieren. Und es darf nicht sozusagen ein Wording geben, von wegen es gibt eine Gemeinsamkeit aller im Bundestag vertretenen Parteien und die AfD steht dagegen. Das ist ihr Selbstbild, von dem sie lebt. Aber da tut man ihr einen Gefallen, wenn man das tut. Das ist genau das Gegenteil der Realität. Und ich meine, dass sie wirtschaftlich das Gleiche vertritt, das ist ja, haben gestern ja auch Bernd und Katja angesprochen, das wissen wir, auch die AfD. Natürlich steht für Sozialabbau, sie steht für Privatisierung, sie steht für Ungleichheit und Feigheit für den Reichen. Aber gerade durch diese Übereinstimmungen muss ich mal sagen, natürlich kann man sagen, alle Parteien außer der Linken sind wirtschaftspolitisch AfD-nah, weil es genau diese übereinstimmenden Positionen sind. Und das müssen wir in den Vordergrund setzen, wenn wir uns mit dieser Partei auseinandersetzen, weil das natürlich das Gegenteil einer Dämonisierung ist. Und natürlich ist es dann auch besonders dreist, wenn ausgerechnet der Linken von einigen Vertretern dieser Parteien vorgeworfen wird, bei uns gäbe es AfD-nahe Positionen. Also da kann ich nur sagen, da wollen offensichtlich einige von ihrer eigenen Verantwortung ablenken. Die sollen sich verdammt nochmal an ihre eigene Nase fassen und endlich ihre Politik verändern, mit der sie solche Kräfte stark gemacht haben. Das ist doch das, was ansteht. Und ich meine, es gibt ja dann immer wieder so Details, wo man doch merkt, dass sie eigentlich der AfD auch nicht so fern sind. Also es war ja schon bemerkenswert in Sachsen-Anhalt, dass ein AfD-Vizepräsident im Landtag offensichtlich mehr Chancen hat, zumindest im ersten Wahlgang, als der linke Kandidat Wulff Gallert. Das hat ja gezeigt, was da offensichtlich auch bei anderen Parteien vertreten wird. Und interessant fand ich übrigens auch die Begründung, mit der Herr Maaßen, der Verfassungsschutzpräsident, abgelehnt hat, die AfD zu beobachten. Er hat nämlich gesagt, wir sind keine Hilfstruppe für etablierte Parteien. Nun bin ich nicht der Meinung, dass man die AfD geheimdienstlich bekämpfen muss. Ich meine, man muss sie politisch bekämpfen. Aber ich finde diese Aussage insoweit bemerkenswert, weil Herr Maaßen und der Verfassungsschutz noch nie Skrupel hatte, wenn es gegen die Linke ging, als Hilfstruppe der etablierten Parteien zu agieren. Das haben sie immer gemacht. Und ich finde das uns heute perfide. Und wir müssen ja auch sehen, ich meine auch in der Flüchtlingspolitik, es haben sich alle Parteien, und das war ja auch gut, empört und zurückgewiesen. Die zynischen Äußerungen, die da aus der AfD kamen, von wegen an deutschen Grenzen sollte in Zukunft scharf geschossen werden, womöglich sogar auf Kinder. Waren alle einig und haben gesagt, das geht gar nicht. Nun frage ich mich allerdings, ist es irgendwie besser, wenn von Merkels Premium-Partner Erdogan, von dem bekannt ist, dass seine Truppen überhaupt keine Skrupel haben, auf Kinder zu schießen, sei es an den Grenzen oder sei es in den kurdischen Gebieten. Ist es irgendwie besser, wenn im deutschen Auftrag an türkischen Grenzen auf Flüchtlinge geschossen wird? Der einzige Vorteil für Frau Merkel ist, dass dort die Presse so reguliert und unter Druck gesetzt ist, dass es keine Bilder davon gibt. Na toll, das ist wirklich ein Edelmut, den kann man sich sparen. Das ist zynische Politik und deswegen lehnen wir das auch grundsätzlich ab. Und ich meine, wir alle, wir haben erlebt, dass die letzten Landtagswahlen nicht so gelaufen sind, wie wir uns das wünschen. Und natürlich müssen wir daran arbeiten, dass das bei den nächsten Wahlen sich nicht wiederholt. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Kern und eine ganz wichtige Botschaft muss dabei eben sein, dass die Linke nicht Teil irgendwelcher imaginären Lager von Parteien ist, die die Leute mit gutem Grund für Parteien halten und sie erlebt haben, die Renten kürzen, Löhne verschlechtern und Vermögenssteuern ablehnen und TTIP vorantreiben. Wir sind nicht Teil der Lager dieser Parteien und ich glaube, dass wir das im letzten Jahr zu wenig deutlich gemacht haben. Wir haben uns subsumieren lassen. Wir haben uns zu wenig gewährt dagegen, dass wir in bestimmte Lager eingeordnet wurden. Oder wenn man natürlich einen Wahlkampf macht, der zu stark auf Regierung orientiert, dann macht man einen Lagerwahlkampf. Aber genau der funktioniert nicht, weil die Menschen doch erlebt haben, was die anderen Parteien alles verbrochen haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hier eine klare Gegenposition und Eigenständigkeit verkörpern. Nur dann können wir diese Wähler doch zurückgewinnen. Und natürlich ist es normalerweise nicht so, dass wir jetzt irgendwie als Teil des Merkel-Lagers wahrgenommen werden. Und trotzdem, teils auch bewusst, ist das herbeigeschrieben worden im letzten Herbst. Und ich finde, wir haben uns zu wenig dagegen gewehrt. Denn ich muss schon sagen, wie scheinheilig ist es denn, sich als Freundin der Flüchtlinge zu inszenieren und gleichzeitig Waffen in alle möglichen Kriege und Krisengebiete dieser Welt zu liefern, wo immer mehr Menschen aus ihrer Heimat vertrieben werden, wo sie ermordet werden. Das ist doch keine ordentliche Politik. Das ist doch nicht annehmbar. Das ist doch zynisch und scheinheilig. Und genauso scheinheilig. Genauso scheinheilig ist es, sich als Freundin der Flüchtlinge zu inszenieren und weiterhin Interventionskriege zu führen, weiterhin amerikanische Drohnenmorde mit deutschen Airways zu unterstützen. Weil natürlich auch das dazu führt, dass in den Ländern, wo diese Morde stattfinden, in den Ländern, wo die Bomben fallen, der islamistische Terrorismus stärker und stärker wird. Und auch das zwingt Menschen in die Flucht. Das heißt, wenn man keine Flüchtlinge und keine Fluchtgründe haben will, dann soll man verdammt nochmal diese Politik, diese Kriegspolitik beenden. Nirgendwo ist Frieden unter Bomben gediehen. Überall wurde die Situation schlechter. Und deswegen hat man gelogen, wenn man das miteinander verbindet. Und genau das Gleiche betrifft doch auch diese unsägliche Politik, arme Länder zu zwingen, dass sie ihre Märkte öffnen, damit dann unsere Agrarmultis ihre subventionierten Agrarprodukte in diese Länder exportieren können. Und man genau weiß, dass dort alles kaputt geht, was an lokaler Landwirtschaft da ist. Das ist zynische Politik. Weil das schlägt Menschen in die Flucht. Das zwingt Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Und da redet man dann abwertend von Wirtschaftsflüchtlingen. Man sagt nur nicht dazu. Es war unsere Wirtschaft. Es waren unsere Konzerne, die diese Menschen in die Flucht geschlagen haben. Und das muss endlich aufhören. Und das ist der Kern linker Politik in dieser Frage. Darum geht es doch, dass das beendet wird. Endlich. Ich meine, hinter jeder Flucht steht ein Schicksal von Leid und Angst. Und deswegen kann es überhaupt keine linke Position sein, dass wir wollen, dass es möglichst viele Flüchtlinge gibt, von denen dann die Fittesten, die das Mittelmeer überlebt haben, die die Balkanroute überlebt haben, irgendwie nach Deutschland kommen können und hier Aufnahme haben. Natürlich lehnen wir eine Einwanderungspolitik ab, die vor allem es darauf abgesehen hat, in Deutschland die Lohnkonkurrenz zu erhöhen und gleichzeitig armen Ländern ausgerechnet die qualifiziertesten Fachkräfte abzuwerben. Das ist doch keine linke Einwanderungspolitik. Das ist zynische Rassen. Das ist im Grunde Nützlichkeitsrassismus. Und das ist zynisch. Und das hat nichts mit unserer Position zu tun. Und ich finde, ich finde, dass die EU auch wieder mal an einer Stelle ziemlich vielleicht unfreiwillig offenbart hat, wie sie da tickt. Also wir alle haben ja diesen ekligen Menschenhandel, den sie da mit der Türkei vereinbart haben. Also im Grunde die Menschen aus Griechenland werden abgeschoben, gleichzeitig können aus der Türkei Menschen einreisen. Wir haben den ja immer abgelehnt. Aber ich muss sagen, was ich jetzt wirklich besonders perfide fand, ist die Kritik an der Türkei. Also ganz viel Kritik finde ich richtig. Aber eine spezielle, die war echt sowas von menschenverachtend. Nämlich die Kritik, dass doch die Türkei sich erdreistet, uns nicht die Ärzte und Facharbeiter zu schicken, sondern um Gottes Willen die Kranken und Alten und Schwachen. Und die wollen wir doch nun gar nicht haben. Was ist denn das für eine Politik? Das ist wirklich rechts. Das ist wirklich AfD. Aber es war die CDU und es war die EU, die es formuliert hat. Das ist doch schlimm. Das ist doch überhaupt nicht akzeptabel. Und natürlich dürfen wir uns auch nicht abfinden mit den vielen elendigen Situationen, die es auf dieser Welt gibt. Und viele Menschen, die haben ja überhaupt keine Chance überhaupt zu fliehen, weil sie gar kein Geld haben. Ich meine, auf dieser Welt gibt es 8,8 Millionen Menschen jedes Jahr, die verhungern, die vor Hunger sterben. Es gibt immer mehr Gebiete, wo man nicht mehr leben kann und nicht mehr wohnen kann. Es ist weitgehend aus der gesellschaftlichen Debatte verschwunden. Und ich finde, da muss es aber wieder rein, weil es kann nicht wahr sein, dass für Kriege hunderte Milliarden ausgegeben werden. Allein die USA hat für den Afghanistan-Krieg 700 Milliarden Dollar ausgegeben, für den Irak-Krieg 815 Milliarden Dollar. Aber dagegen, dass diese Menschen, dass acht Millionen Menschen, darunter drei Millionen Kinder, jedes Jahr elendig verhungern, dafür hat man kein Geld. Was ist das für eine unsägliche Politik? Und deswegen, wir finden uns auch nicht damit ab, dass es auf dieser Welt so viel Hunger und so viel Elend gibt. Das muss endlich geändert werden. Das ist doch unser Hauptansatz internationaler Politik. Und dann haben die Menschen zu Hause eine Perspektive. Und dann müssen sie nicht mehr fliehen. Und dann können sie sich tatsächlich in ihren Ländern auch etwas aufbauen. Und deswegen, also mit dem, was Merkel macht, klar, haben wir nichts zu tun. Was die SPD angeht, so hat es ja auch im Vorfeld des Parteitages nochmal Vorschläge gegeben, dass wir doch dort irgendwie mehr Offerten machen sollten und mehr Angebote. Ich muss sagen, wir haben der SPD immer angeboten, dass wir mit ihr zusammenarbeiten, um den Sozialstaat wieder herzustellen, um mehr soziale Gerechtigkeit herbeizuführen. Und natürlich ist es so, wenn die SPD jetzt plötzlich der Mut befallen würde und sie würde zum Beispiel kurz vor der Wahl, wo es ja eigentlich nichts mehr kostet, weil die Koalition dann sowieso zu Ende ist, sie würde kurz vor der Wahl die rot-rot-grüne Mehrheit, die es nach der Wahl wahrscheinlich nicht mehr geben wird, noch wenigstens einmal nutzen wollen. Und sie würde im Bundestag Gesetze einbringen, die Rentenkürzungen zurückzunehmen, Leiharbeit endlich wieder ordentlich zu regulieren, den Mindestlohn deutlich zu erhöhen und eine Vermögenssteuer einzuführen, die ihren Namen verdient. Und vielleicht noch bei der Erbschaftssteuer wirklich was draufzulegen. Ja, natürlich würden wir diesen Vorschlägen zustimmen. Das versteht sich doch völlig von selbst. Und ich verstehe bestimmte Debatten nicht, die bei uns da immer wieder geführt würden, als würden wir dem nicht zustimmen. Natürlich würden wir das machen. Das Problem ist nur, ich sehe sie nicht, die Vorschläge. Ich sehe sie nicht, die Offerten. Ich sehe hier eine SPD, die in einer großen Koalition versauert, wo sie wirklich mit Ausnahme der Einführung eines kargen Mindestlohnes kein einziges ernsthaft soziales Gesetz durchgesetzt hat, sondern sie hat durchgesetzt eine Mietpreisbremse, die sich als totaler Flop erwiesen hat. Die Mieten steigen weiter und sie werden so lange steigen, bis man nicht endlich mal wieder sozialen Wohnungsbau und kommunalen Wohnungsbau nach oben fährt. Das ist ja überhaupt keine Frage. Sie hat durchgesetzt ein Gesetz zu Leiharbeit und Werkverträgen, das es in Zukunft den Unternehmen noch mehr erleichtert, Menschen in diese prekären Verhältnisse zu zwingen und Lohndumping zu betreiben. Und ansonsten ist auch nicht viel zu hören. Ja, da muss ich doch nicht mich darüber echauffieren oder ich finde, da müssen wir doch auch nicht so unsinnige Debatten führen, warum wir der SPD nicht mehr Angebote machen oder ob wir vielleicht sogar mit ihr einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten aufstellen. Das sind doch bei der Realität der jetzigen SPD wirklich absurde Vorschläge. So gewinnen wir doch und nicht Vertrauen von Wählern zurück. So verspielen wir Vertrauen. Und ich glaube auch, wir sind uns alle einig, dass wir uns das anders wünschen würden. Also ich sage mal zum Beispiel, wenn der SPD-Vorsitzende Jeremy Corbyn oder Bernie Sanders heißen würde. Also dann wäre wirklich ein gemeinsamer Kanzlerkandidat eine richtig tolle Idee. Und ich glaube, niemand auf diesem Parteitag hätte etwas dagegen, dass wir das dann unterstützen. Wir wären dann immer noch eigenständig und hätten immer noch natürlich in bestimmten Punkten andere Positionen. Aber das wäre ein gemeinsames Projekt. Das wären gemeinsame Inhalte, für die man kämpfen könnte. Aber bitteschön, wir können uns doch die SPD nicht backen. Sie ist, wie sie ist. Und solange sie irgendwie auch völlig klaglos hinnimmt, dass sie vom Wähler abgestraft wird für ihre Politik, ja gut, da können wir es nicht ändern. Was wir machen können, ist unsere Eigenständigkeit und unser eigenes Profil in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen erwarten und das, was unsere Aufgabe ist. Und deswegen sehe ich auch gar nicht, deswegen sehe ich auch überhaupt nicht, wieso man teilweise Gestaltung und Protest in einen Widerspruch setzt. Also natürlich müssen wir Stimme des Protestes gegen eine unsägliche Politik sein, gegen eine Politik, die die Lebensverhältnisse einer gesellschaftlichen Mehrheit verschlechtert. Natürlich müssen wir protestieren. Wir müssen sogar noch viel mehr versuchen, als bisher Menschen dazu zu bringen, dass sie nicht nur innerlich protestieren, sondern dass sie wirklich auch auf die Straße gehen, dass sie wirklich auch sich wehren, dass wir wirklich auch ähnliche Prozesse mal in Deutschland kriegen. Die Franzosen machen es uns doch vor, wie man gegen eine falsche Politik wirklich erfolgreich aktiv sein kann. Das müssen wir doch hinkriegen. Und da müssen wir Teil sein. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass auch die deutschen Gewerkschaften schon bei der Agenda 2010 so agiert hätten, wie es jetzt zumindest ein Teil der französischen Gewerkschaften tut, nämlich wirklich die Menschen aufzurufen und zu mobilisieren. Aber das ist doch das Einzige, was tatsächlich irgendwann in diesem Land auch das gesellschaftliche Klima so verändern wird, dass es vielleicht wirklich mal eine linke Regierung geben kann. Da müssen wir doch diesen Druck organisieren und Teil dieses Druckes werden und nicht immer nur was herbeireden, wofür es überhaupt keine Grundlage gibt. Man wird nicht dadurch eine Linke, Teil einer linken Regierung, dass man immer darüber schwätzt, sondern dass man gesellschaftlichen Druck und gesellschaftlichen Widerstand mit organisiert. Ich denke, das ist der Weg. Und vor allen Dingen müssen wir stark sein. Vor allen Dingen müssen wir stark sein. Und wir müssen etwas verkörpern, was die Menschen auch anspricht. Und ich denke, natürlich ist es dafür auch wichtig, immer wieder darüber zu sprechen, warum es eigentlich auch diesen massiven Schwenk in Richtung des Neoliberalismus gegeben hat. Das ist ja nicht nur, weil Politiker einfach alle doof sind, die da in den Regierungen sind, sondern das hat natürlich was mit wirtschaftlichen Machtverhältnissen zu tun. Das hat was mit der Machtverschiebung zu tun, weg von der Politik hin zur Wirtschaft. Das hat was mit der enormen Machtkonzentration, nämlich der Beherrschung von wirtschaftlichen Ressourcen und riesigen Vermögen in den Händen weniger zu tun. Das heißt, es hat etwas mit dem aktuellen Kapitalismus zu tun. Und natürlich muss man das aussprechen, weil man dann auch Alternativen vorschlagen kann. Und ich glaube, dass wir wirklich, und da sind wir uns ja auch einig, das haben ja im Grunde die Parteivorsitzenden und auch Dietmar Bartsch angesprochen, ja, wir müssen eine Kraft sein, die auch wieder die Frage der Wirtschaftsordnung und die Frage des Eigentums und die Frage des Kapitalismus in den Vordergrund stellt. Weil da liegen die Alternativen und die müssen wir vertreten, weil letztlich ist das die Ursache dafür, dass alles so weit entlitten ist. Ja, und wir müssen auch über Enteignung reden, nämlich über die tägliche Enteignung, die in diesem Wirtschaftssystem jeden Tag an der Tagesordnung ist. Was erleben wir denn, wenn wir wieder Rekorddividenden haben und wenn auf der anderen Seite die Löhne sinken? Was ist denn das anderes als eine Enteignung? Eine Enteignung derer, die arbeiten. Das ganze Lohndumping ist eine Enteignung. Und die ganze Zerstörung der Renten ist eine Enteignung. Und der ganze Sozialabbau ist eine Enteignung. Und deswegen muss man auch ganz klar sagen, wenn wir zum Beispiel Vermögenssteuern fordern, wenn wir fordern, dass die Belegschaften ihre Unternehmen tatsächlich auch bestimmen können und nicht irgendwelche externen Eigentümer dort ihre Dividenden rausziehen, dann ist das keine Forderung nach Enteignung. Dann ist das eine Forderung nach Rückgabe, nämlich Rückgabe all dessen, was die Menschen in diesem Land und auch in anderen Ländern erarbeiten, dass sie das endlich wieder in die eigene Hand bekommen. Und ich finde, auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir wollen nicht diese Enteignung, die der real existierende Kapitalismus jeden Tag praktiziert. Wir wollen sie zurücknehmen. Das ist auch Kern linker Politik. Wir wollen, dass die, die den Reichtum erarbeiten, auch wirklich wieder über diesen Reichtum verfügen können. Dafür machen wir Vorschläge. Und ich glaube, das ist sicherlich nichts, was man in einer Legislatur umsetzt. Aber als Perspektive und als ein Programm, das uns wirklich auch absetzt von nur dem Klein-Klein bestimmter Teilmaßnahmen, ist es ganz, ganz wichtig. Wir müssen wahrnehmbar werden. Ich glaube auch wieder stärker als eine Partei des sozialen Aufbruchs und der grundsätzlichen Alternativen. Und dann werden wir Menschen auch wieder erreichen und wieder begeistern können. Und natürlich müssen wir auch reden. Wir müssen auch reden immer wieder über den Zusammenhang von Kapitalismus und Krieg. Und ich muss sagen, ich habe ja jetzt erlebt, heute Frau Merkel und Herr Hollande waren in Verdun. 300.000 Menschen sind dort auf furchtbare Weise auf den Schlachtfeldern ermordet worden, damals im Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren. Ich wünschte, Frau Merkel würde, wenn sie solche Städten besichtigt, irgendwann mal ernsthaft darüber nachdenken, wie saugefährlich es ist, was zurzeit auch in Europa passiert. Dass deutsche Soldaten an die russische Grenze geschickt werden sollen, dass Raketensysteme in Rumänien stationiert werden, dass Atomwaffen in Deutschland modernisiert werden und das alles für nichts und wieder nichts für irgendwelche Profitinteressen. Damit riskiert man die Existenz und das Leben der Menschen in Europa. Und ich finde auch da ist ganz klar, dass wir als Linke immer wieder sagen, Krieg darf kein Mittel der Politik sein und im Atomzeitalter schon gar nicht. Wir brauchen endlich Frieden und Solidarität und Zusammenarbeit. Und deswegen als letzten Punkt, ich glaube, was für uns wichtig ist, gerade wenn wir jetzt in diese Wahlkämpfe starten und auch nach den Debatten und natürlich ist es für jeden von uns irgendwie auch immer niederschlagen, wenn man dann ein schlechtes Wahlergebnis hatte, so wie das im März war. Ich glaube, wir dürfen uns auch nicht in die Mutlosigkeit und Krise hineinreden lassen. Ich meine, was habe ich vor diesem Parteitag alles gelesen über die Linke? Völlig desolate Lage sei bei uns. Tal der Tränen. Ich will überhaupt nicht sagen, natürlich waren die Ergebnisse nicht gut. Man darf sich sozusagen damit nicht begnügen und man darf auch nicht darüber hinwegreden, was für Fehler gemacht wurden und warum wir solche Ergebnisse hatten. Aber ich muss natürlich auch sagen, wenn ich mir die Umfragen angucke, zum Beispiel auf Bundesebene, dann stehen wir stabil in den meisten Umfragen oberhalb des letzten Bundestagswahlergebnisses. Und das, obwohl die AfD seither um fast zehn Prozent zugelegt hat. Und deswegen sollten wir uns nicht diese Krisendebatte auch noch selber auf den Tisch holen. Dafür gibt es doch überhaupt keinen Anlass. Wir haben doch zum Glück Resonanz, wir haben doch zum Glück Rückhalt. Wir wollen das ausbauen, ja. Wir wollen mehr davon und wir haben auch viel mehr verdient an Resonanz und an Rückhalt. Aber bitteschön, es ist nicht so, dass dieser Parteitag in einer Krisensituation der Partei stattfindet. Das wünschen sich einige, dass wir uns das einreden lassen, weil sich einige natürlich auch wünschen, dass die Linke in eine Krise kommt. Und ich finde schon, um denen den Gefallen nicht zu tun, sollten wir das uns nicht verinnerlichen, sondern wirklich selbstbewusst sagen, Ja, die Linke wird gebraucht und wir gehen in die nächsten Wahlkämpfe mit Zuversicht und mit richtigem, mit Ausstrahlung und mit klaren Konzepten und großer Eigenständigkeit. Und dann bin ich auch überzeugt, dass wir die Chance haben, sowohl in Berlin als auch in Mecklenburg-Vorpommern ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und ich sage mal, nächstes Jahr die Schlüsselwahl bei den Landtagswahlen, das ist die Wahl in NRW. Und da werden wir doch alle gemeinsam darum kämpfen, dass wir verdammt nochmal in diesen Landtag wieder reinkommen. Und ich sage mal, auch das ist doch etwas, auch das ist doch etwas, was es zeigt. Und auch da zeigt sich doch ganz deutlich, es zeigt sich doch ganz deutlich, wir haben auch da Umfragen, die alle oberhalb von 5% liegen. Klar darf man sich da auch nicht ausruhen, wir hatten das auch bei anderen Bundesländern, aber das ist doch ein optimistisches Signal. Und natürlich müssen wir in diesen Landtag rein, es ist das größte Bundesland und natürlich braucht es da eine soziale Stimme, die endlich wieder stark dort auch richtig sich artikulieren kann. So wie auch im nächsten Bundestag und ich denke, wenn wir in NRW mit einem guten Ergebnis eingezogen sind, dann werden wir auch eine gute Bundestagswahl hinlegen. Und verdammt, im Bundestag darf es nicht dazu kommen, dass die rechte Opposition stärker wird als die linke Opposition. Weil rechte Opposition heißt Rassismus und Nationalismus. Im Bundestag brauchen wir soziale Angebote. Das macht die Linke, dafür kämpfen wir. Vielen Dank an euch. Applaus 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 Liebe, liebe Genossinnen und Genossen, ganz, ganz lieben Dank. Und ich denke, das ist doch die Stimmung, mit der wir jetzt aus diesem Parteitag rausgehen und wie wir jetzt ganz tolle Politik machen. In dem Sinne, danke an euch, danke an uns alle, dass wir jetzt wirklich eine richtig klare linke Politik verkörpern werden. Und ich finde, wir machen jetzt weiter mit dem Parteitag, weil wir sind nämlich ein bisschen im Hinterhalt mit der Tagesordnung. Also trotzdem nochmal ganz Dankeschön für den langen Applaus. Applaus 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 Vielen Dank.